Pies! Wie Pies? Wie heißt das? Hallo, ihr Landstreichen-Pupster! Hallo, ihr Autobahn-Pupster! Hallo, ihr Autobahn-Pupster! Landstreichen-Pupster! 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 Alter! Hallo, ihr Autobahn-Pupster! Landstreichen-Pupster! Nein! Ich hab keine Ahnung! Hallo, ihr Landstraßen- Quatsch, Mann! Hallo, ihr Autobahn-Pupster! Landstraßen-Pupster! Und Fußweg! Annalira! So! Nach dem zweitesten Anlauf haben wir erst gesagt, guck mal auf, was ich für einen schönen Tag in deinem Handy habe! Wir sind heute, wie ihr seht, unterwegs unterwegs in einem Auto! Weil wir fahren nach Weiden! Zu Broken Head! Genau! Und dann gucken wir mal, was wir heute so für lustigst und informatives Info-Material zusammenbekommen! Ja! Oder es wird absolut Dankweil! Ja! Müsst ihr dann entscheiden! Mal schauen! So! Du halten wir erst mal weiter! Lasst uns mal in Ruhe hier! Ich muss jetzt ein Pipi machen! Und in der Zeit unterhält euch Keksi mit sehr wichtigen und witzigen Informationen! Nicht anfassen! Ich nehme dich! Ich habe mich jetzt angefasst! Bis gleich! Ich muss mal... Muss ich eigentlich jetzt auf Klo mit Masken? Nein! Oh! Scheiße! Mein Bein! Mastenpflicht auf... Gaststätten-WCs! Ich soll euch jetzt witzig unterhalten! Witziger Content! Hm! Nee! Es kommt wieder! Ich muss euch was erzählen! Da ist... Eigentlich wollte ich zwei Sachen erzählen! Aber wisst ihr was lustig ist? Wenn man auf so ein Klo geht... Also auf so ein komisches Autobahnscheißhaus... Und dann ist ja meistens so die Räume miteinander verbunden und nur so Trennwände drin! Es ist halt lustig, wenn du am Pinkeln bist und neben dir halt einer Dünnpfiff! Und die ganze Zeit einfach so... Hast du Kacka in der Hose? Nein! Echt nicht? Doch! Hatte ich nämlich gerade! Das Erlebnis! Ist er nicht sexy? Ich kann doch für nichts, weil der Sonnenrinde weg! Er findet zwei Sonnenbrillen nicht mehr! Wie geht das? Weg! Ich finde die aber besser! Ich seh schon mal! Das Logo! Das Logo! Das Logo! Das Logo! Das Logo! Trocken hier! Guck mal, guck mal! Da ist der geile Ford! Ja, 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 ja! Das ist schon mal! Oh, wo ist der Land? Da ist er! Der Vorort! Möchtest du noch was sagen? Mir tut mein Arsch und mein Ohr schenkel nie! Ich wollte euch nochmal schnell das nice Auto zeigen! Haben sie schon geil gemacht! Nice! Meine Jacke hier! Man kann jetzt nicht sagen, dass unser Equipment übertrieben ist! So! Nehmen wir da mal rein! Zwei maximal gleich! Hallo! Hallo! Scheiße, ist zu kalt hier! Ja! Siehste? Alter! Guck mal! Wie sie hier rumläuft, Alter! Voll Killer! So! So! Wir machen jetzt... Also wir machen jetzt hier den Laden! Oh! Ich bin auch dabei! Ähm! Wenn ihr jetzt was bei Broken Head kaufen wollt, kommt jetzt schnell her! Wir klären das mit, äh, Machete und so'n Scheiß! Alter, bleib dran! Na, also... Schieb dran hier! Lass... Lass Liebe hier! Wer ist witzig? Boah, ist so kalt hier, Alter! Der ist ja funny! Der ist richtig funny! Ja! Wir hätten da gerne mal eine Beschwerde! Ja, aber du schwör dich nicht! Servus! Mahlzeit! Servus! Mahlzeit! Mensch, ist das jetzt die Kalche? Ja, ja! Alter Schwede! Bevor wir jetzt die Fragen von euch hier besprechen, ein kurzer Hinweis, unser Mikrofon spinnt irgendwie etwas, was aber leider erst nach der Aufnahme rausgekommen ist, also bitte verzeiht uns komische Kratzgeräusche! Und zwar Frage 1 nämlich zu eurem Crosshelm-Polster, ob die a wechselbar sind und b, ob man die Polster auch separat bei euch gucken kann. Äh, zu welchem Crosshelm? Ich weiß nicht welches Modell, er hat einfach nur Crosshelm beschrieben, ich hab keine Ahnung welches, also ist es ein Unterschied zwischen denen? Jaja, auf jedes Modell hat es ja eine eigene Poste, also rausnehmen kannst du es auf jeden Fall, die Poste. Ähm, im Zuge haben wir momentan keine, aber wenn es die Anforderungen öfter kommt, wäre es natürlich eine Überlegung wert. Wir haben keinen einzigen Helm, wo man das Poster nicht rausnehmen kann, ja. Okay. Und dann könnte man zum Beispiel, weil ihr hattet mir ja damals für meinen Therapy 2, hattet ihr mir ja einen, äh, XL-Inlate geschickt. Mhm. Und das wäre dann auch möglich. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Konto bei euch anruft und sagt, Mensch, shit, das drückt irgendwie. Genau, wir müssen halt schauen, welches Poster in welchem passt, weil du kannst ja nicht dieses Poster in jeden reinbauen. Also du kannst jetzt nicht von XS in XXL reinbauen oder so. Okay. Also da ist ja verschiedene Schalen, meinetwegen zwei oder drei Schalen und dann passen halt XSS in einen, M und L und so weiter. Okay, also irgendwann werden die doch ein bisschen größer sozusagen die Helm. Genau, ja. Okay. Haben wir eine Frage, die wir aber glaube ich schon ein bisschen selber beantworten können. Und zwar hatte jemand gefragt, ob es die Helme auch in qualitativ hochwertig gibt oder so ähnlich. Also ich kann mir ehrlich nicht genau sagen, was er mit der, äh, mit der Frage genau meint. Wobei ich jetzt fast schon diese Frage in diese Richtung, ähm, fast selber beantworten kann, wenn ich den Carbon-Helb sehe. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn er 300 Euro ausgibt, dann kriegt er halt einen 300 Euro Helm. So einfach. Genau. Und ich denke, jeder, der Motorradthermer sich schon mal gekauft hat oder kaufen will, der weiß, in welchem Preis liegt man sich da teilweise bewegt. Also ich meine, äh, er kriegt sowieso schon sehr viel für sein Geld im Vergleich zu anderen Sachen, die da so am Markt sind. Das stimmt. Was ich absolut genial fand bei dem Therapy 2, ne, bei dem, ist halt eure integrierte Sonnenblinde. Ja. Fertig absolut genial. Das habt ihr jetzt in dem 4er aber wieder rausgenommen, ne? Ja, weil wir was Besseres haben. Äh, wir haben da eine, als Zubehör, eine, äh, also eine Anti-Beschlagscheibe, die selbsttönendes, sprich, du sparst dir Gewicht. Du hast immer die perfekte Tönung, d.h. bei leichter Sonne leichte Tönung, bei starker Sonne starke Tönung. Du schleppst das Ding nicht mit, du hast den Mechanismus nicht. Also den Therapy 4 mit einem klassischen Visier und dann dieser selbsttönenden... Genau. Dann hast du ein Helm für jede Jahreszeit, weil es ja auch nicht beschlagt gleichzeitig noch ist. Und für jedes Licht. Welcher Helm sich eventuell für wen eignet? Können die euch anrufen und wenn die sagen... Hier, ich möchte bis ich was... Also entweder, sie gehen auf die brokenhead.de, das ist ja nicht der Shop, sondern die Markenseite. Da sind die Sachen erklärt, welcher Helm zu wem passt und wann was Sinn macht. Oder aber... Oder komm rum. Oder so. Ihr braucht übrigens ein Auto mit viel Leistung, weil hier jetzt sehr viel bergauf, bergab. Unser Turbo ist am Arsch. Du glaubst ja nicht, wie ich die Berge hoch hier kochen bin. Im dritten Jahr... Das kann ich mir vorstellen. War ein Träumchen. Wir können auch mal eine Frage... Oh, wir müssen ja nicht nur dich immer fragen. Wir haben ja allgemeine Fragen an Broken Headdy Summit. Eine ganz schwierige. Der Sinn des Lebens. Broken Head. Stefan nochmal zu ergänzen? Ja, der müsste nichts zu ergänzen, der Arzt, oder? Kann das so aussehen? Ja gut, okay. So? Alter. Sehr hässlich. Sexy. Oh Gott. Wird der irgendwie unangenehm? Ich könnte mal eine X erst probieren. Also es ist so gerade an der Grenze, würde ich sagen. Weißt du mal, die Zähne jetzt haben, ob du auf die Bocken beißt? Ja. Dann wäre er richtig. Ich habe schon gemerkt, ich rutsche weg, oben mit der Hand. Und dann denke ich, springe ich ab. Ich habe eine Chance. So. Fazit vom Tag. Ein Helm im Arsch. Nein, Quatsch. Stefan hat Pfeifen vom Auto probiert. Ja. Ist halt bittig, das Auto, ne? Was soll das? Power. Was soll das? Wie geil ist die Frau mit der Smiley-Jacke Wirf den Mann mit der Strecke mit der Knarre aus dem Auto. Keine Story. Absolut. Aufgrund der Länge habe ich mich entschieden, dieses Video zu splitten. Und was euch im nächsten Video erwarten wird, das habt ihr ja gerade eben gesehen. Wenn euch das Video dennoch schon jetzt gefallen hat, denkt an Kanalrandalieren. Schaut auf Instagram vorbei und viel Spaß beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.